Okay, ja, den war einfach auf, äh, so. Ich hab's einfach auch an, die Frösse. Okay, mach schnell kurz anscheinend. Äh, das ist jetzt, äh, mal so ein neues Projekt von uns, äh, wir haben jetzt ein, sind auf unserem alten Server, aber, äh, wir machen jetzt ein Let's Play von, äh, von uns vieren. Jo, jo, der Abkir zu. So, ja. Ja, hallo, das ist weg. Ja, das ist noch Final Mask, da, und Stabby Cross. Uh, ah, Hilfe. Ja, einstürdig. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Wieso kam ich nicht mehr in der Steuer? Oh, Gott, die sind zu flechten, mich jetzt. Nein, nicht sterben. Ich hab nur noch einen, der hat sie helfen, wieder. Wow, ich will ja wieder alles mitnehmen. Boah, jetzt kann ich der Wieser. Hilfe. Bam, tot. Ah, nein. Acht die Bäume, alle auf die Bäume. Kann ich noch Backcommand machen? Ey, das ist doch, das ist doch ein Wulff. Backcommand kann ich noch machen. Was, wo, noch ein Wulff? Ja, ich bin mal ruhig. Ich frage ich dir, aber ich will nicht, dass ihr mich töten. Nur weil dieser komische, dass Oldo-Indiana Jones auf die Idee gekommen ist, einen Hund zu verprügeln. Hey, schlage ich meinen Hund. Äh, unser Pseudo-Indianer stirbt gerade, weil er schon wieder einen Hund getötet angegriffen hat. Nee, nächstes Mal nicht, nächstes Mal renne ich weg. Ja, jetzt ist er tot. Ha, 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 ha. Wie bauen wir das? Ist PFP an. PVP? Nee, ich will jetzt irgendjemanden denken. Nein, 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 nein. Stirb. Fall von diesem Baum. Das ist viel lustiger, wenn das 50 Meter hoch sind. Ich hab ne Idee, wie mauern die ihn in dem nächsten Dungeon ein. Ja. Ja, viel Spaß. Sollen wir direkt neben Spawner oder sowas. Hey, ich baue mal ein paar Blätter ab. Vielleicht können wir die ja zum Haus bauen. Äh. Besonders, weil wir noch keine Blätter abnehmen. Meiner. Meiner. Baumstirb. Also, wird das schon die richtige, ernsthafte Aufnahme, oder wie? Ja, ja. Ja. Äh, Aufnahme, ja. Ernsthaft, nee. Komm, wir kicken einen Baum von mir. Das, denke ich mal, sowieso nicht so schlimm, wenn wir irgendwie nur bla 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 und bla bla bla. Wir haben Spaß, das ist das einzigste Gute. Wir können einfach für das Story erzählen. Story? Ja, genau. Vier einsame Abenteurer auf irgendeiner Insel. Gefangen. Gefangen von mir. Überleben. Ja, und, äh, wir haben kein Real Life. Ich hab das jetzt gar nicht mit dem Sound geguckt, ob das alles so stimmt. Jetzt hat mir, jetzt hat mir dieser Absolute Duke Nukem Indiana Jones meinen Voice geklaut. Ah, was fällt rein? Ah, stört! Warte, ich gucke mal, ob das mit dem Sound hier so stimmt. Ja, äh, warte mal. Alter. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das? Kannst du vielleicht machen, wenn du mal, wenn du vom Teufel besessen bist oder so. Was, was, was ist das? Was hast du da gemacht? Äh, mit Outlast-Zutie oder was? Jeder macht das mit seinem Headset irgendwie. Ähm, das ist eine ganz lustige Sache. Wenn man... Äh, das ist doch ganz einfacher, je höher er sprechen will, desto mehr drückt er sich die Eier zusammen. Mahlzeit. Mahlzeit. Wie geil ist das denn? Mit dem Schmerzhaft. Ich verstehe zwar kein Wort, aber ja. Jetzt werde ich noch in der Aufnahme. Ich stehe noch aus der Fülle, ich stehe noch. Jetzt stell dich mal mit dieser piepsigen Stimme Saw vor. Hallo, ich möchte ein Spiel mit ihm spielen. Ja, ich nehme das alles auf, ist ja egal, ne? So, Wolf, ich möchte gerne ein Spiel spielen. Du hörst dich gerade irgendwie mehr wie eine Frau an. Ich fange das schon mal mit dem Versuch an, ein Haus zu bauen. Ja, ich, äh, bau gerade ein bisschen Holz ab. Komm, ihr kriegt jetzt hier, wie heißt er, Lassi. Lassi? 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 Lassi. Der wohnt bei den Messis. Bei den Messis? Da hat er bei einer Spaß, wa? Wurde auch nicht. So, ich hau in meinen Crafting-Tabeln. Achievement gets getting, äh, Brut. Ach, du hast schon, äh... Ja, ich hab gerade einen geschnitzt. So, ich bräuchte ein bisschen Stein. Brauchst du Stein? Ja. Hast du mal ein Holz draus, oder was? Ja, ich graf mal ein Holz. Ich werde dich erstmal, ähm, den Boden ein bisschen heben. Papa, wo ist mein Pupu? Ja, mein... Ja, meine Kleine, wie heißt du denn? Bärbel. Bärbel. So, ich brauch mal ein bisschen Stein. Ich brauch mal hier einfach ein Loch. Loch ist immer gut. Hallo. So, also wie schon gesagt, ich fang schon mal mit dem Haus an. Hey, hey, wie kriegst du dich gerade, meine Müller-Milch? Stark, stark. Ich fang schon mal mit dem Haus an. Ich fang schon mal mit dem Haus an. Genial. Alter. Vogelgeräusche. Total liebenssicht. Ja, total. Was ist jetzt schon gut? Ouh. Huch. Ja, das wollte ich gerade nicht. Äh. Er baut ein Haus. Und? Ja! Tada! Da nimmt sich einer an ihr selbst nicht eins. Ja, er hat echte Problem. Ja. Hast du ein Problem? Ich will das mal ausmachen, sonst komm ich noch voll in die Versuchung, ey. Wir versuchen zu was? Das ist auch noch Premium-Account, wisst ihr? Was ist das jetzt für ein Programm? Das ist einfach nur vom Headset? Ja, das ist Morphox, heißt das. Okay. Das soll ich auch alle mal runterladen, dann können wir uns alle kaputt lachen. Bisschen Helium noch dazu. Oh nein! Ich muss mal gucken, wo der Kobold ist. Kobold? Ja, es gibt eine Koboldstimme. Ich weiß nicht, ob wir das hören wollen. Wir sind schon mal richtig verkackt, jetzt wird es wieder dunkel, oder nicht? Ey, du hast es zugebaut. Ich hatte irgendwer zugebaut. Achso. Genau, ihr baut schon mal und ich baut noch weiter ab. Ich habe schon mal ein bisschen Kabelstor geholt. 39. Kabelstor ist super. Für Tools oder so. Wie lange den Eingang machen wir hier hin? Ich habe jetzt 72 Holz zusammen. 72 schon? Oh, das ist ja super. Ja, Holz habe ich 70. Nicht so viel. Da können wir eigentlich heute sogar noch Parkett verlegen. Ja, ne? Parkett verlegen! Fahren wir doch schnell zum Obi. Wir sind Obi, wir sind doch noch Ikea. Ich meine, solltest du sagen, die bauen Sachen zusammen ohne Anleitung und ohne Schrauben. Äh, ja, so sehen meine Sachen in meinem Zimmer auch alle aus. Von Ikea? Nein, die sehen alles aus, als wären sie zusammengebaut ohne Beschreibung. Ihr Spinnen, Mann, ich brauche das nicht. Genau. Warum habe ich auf einmal 10 Schrauben und 5 Türen übrig? Ach, das ist nur Notfall für einen Notfall, ne? Ja, genau. Das sind die Ersatzteile. Ja, genau. Oh, jetzt wird es dunkel. Ich glaube, wir sollten uns ein bisschen beilen. Ja, pennen können wir sowieso nicht. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir noch die Nacht totschlagen. Ich würde gerade sagen, hat sich irgendeiner schon Wolle geklaut? Nein. Ich höre ein Schaf. Meine Wolle haben wir ja vernichtet. Ich höre ein schwarzes Schaf. Aber das ist nur ein Schaf und wir brauchen natürlich Eisen. Eisen. Ah ja, das ist doch... Für die, äh, Scheers... Ach, Moment. Äh, Big Cross? Um die Kommentare anzukurbeln, sag ich, wir brauchen Eisenpuppeisen. Wir sterben, wir haben nicht mal Licht hier drin. Moment, du hast einen Bauernofen, dann machen wir nochmal 5 Holzkohle. Ach ja, stimmt. So. Wetten wir, ich werde gleich verrecken, weil ich nur 2,5 Herzen habe und hier ganz alleine rumirre. Wie ein Irrer. So, und da... Wacke, stopp mal hin. Wo... Geh mal paar Schaf! Oh Gott. Also das sind doch mal... So eine schöne Lichtquelle, oh... Erstmal ein Bobböelchenverhalten. Äh... Ja? Leute, ich will euch keine Angst machen, aber ich glaube, ich höre Stimmen. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Okay. Hilfe. Hilfe. Ja, ich auch. Wer war das? Ich bin dein Gewissen. Äh, ich platziere mal da direkt direkt. Hab mich lange nicht mehr gemeldet. Hallo. Scheiße. Äh, ich würd mal sagen, wir gehen direkt mal am ersten Tag unter Tage oder sonst was. Meine Frage, wie sagst du noch ne, ähm, noch ne Workbench gebaut? Wie sagst du die anderen nicht abgebaut und nochmal da hingesetzt? Weil ich schon eine gebaut hatte. Ähm, ja? Ja? Ja. Dann haben wir halt zwei. Ist halt auch cool. Ja, das ist Indiana Jones. Er steht hier rum. Es wundert mich, dass hier noch keine Monster irgendwo sind. Äh, so. 35, äh, Saablinge. Drei, äh, Saablinge von den weißen Bäumen. Ein Dirt. Sechs, äh, Getreidedinger da. Ja. Dann hab ich jetzt... Und wie überleben? Und wie überleben wir jetzt die Nacht? Gar nicht. Könnten wir eine Spitzhacke geben oder sowas? Äh, wo? Wo? Ich mach's mal hier einfach eine hin. Ich hab kein Material mehr. Danke. Bitte schön. Erstmal ein paar Sticks. So. Ich geh mal ein bisschen bunten. Mr. Knorke. So. 1, 2, 3. Ich mach erst mal ein paar. Und wer? Ich, ähm, ähm, den Namen. Den Namen. Da hat er gerade gejoint ist. Den muss ich unterstreichen. Und jetzt. Wer? Wer? Man liest. Ich lese in den Kommentaren. Irgendwo. Das habt ihr von Gronke klaut. Was? Hä? Was? 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 Ja, einfach nur... Was? Wer? Was soll denn geklaut sein? Ich mach mal erstmal ein paar Fackeln. So erstmal eine Kohle verschwendet. 40 Fackeln. Hey. Das habt ihr von Gronke geklaut. Warum? Nee, weil, weil, ich weiß, ich weiß, das Knorke einer seiner Standardbegriff und... Knorke... Jetzt da noch gar keiner gejoint ist. Ich hab noch nie gehört, dass der mal irgendwie Knorke gesagt hat oder sowas. Ne, egal. Ich soll auch über andere Lefler zum Zugwaschen und... Es drittet irgendwie ab. Okay. Machen wir lieber mal Werbung für andere Leute. Akizu. Joint. Abonniere. Vielleicht werde ich ja natürlich... Abogai. 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 letzter Aufmerksamkeit... Ja, genau. AII von YouTube-Partner Painel os. Jedem bridge a money. Meine ganz dumme Frage, was was da mal so falsch? Die Reben. Abo-Gesä床. Einige. PETE Meistens Genelofost abonniert abonniert. Ne, ich mein... Es sind zwei Sachen, für die Man glaube Kinder... Aus dem und aus dem hier nie. Ich bin gerade nicht fora zu sein. denn es gibt einige gründe um netzler zu sein geld ein geld kurz drogen und noch einmal um spaß zu haben das ist der den jeder sagt ja aber ist natürlich nicht so weil ich habe eigentlich gar keinen spaß daran ich mache das eigentlich ja genau und dann gibt es noch nicht einfach nur bestätigung bestätigung für seine meinung und sonst was weiß ich nicht alles dann halt nun ja aber einige leute gern im mittelpunkt stehen ja sowas eben oder wie wäre es wie wäre es denn mit dem grund man hat spaß daran Prozent einfach zu zocken und das aufzunehmen und halt anderen Leuten das zu zeigen genau das wird so das wird so einfach ich wollte eigentlich nur damit sagen dass es ein an dem an sich auch sehr viele gründe gibt auch um auch sehr sehr viele gründe gibt es ja zu werden die nicht sonderlich edel sind ja das stimmt edel das ist lang als total geschwollen und dumm und eine blume wer braucht jetzt noch ne äh holz ach äh stone pickaxe braucht einer noch eine leute stirb skelett nein jetzt greift mich nicht an hey michael jackson ist da im moment eigentlich ist das mehr halb oder so also von der stelle ich habe ich bin ich habe ich bin ich habe ich bin ich habe ich bin stirb steppe friff die saplings oder mikroangst du gerne gesagt du Arschloch du hast mich ausgesperrt spring doch mal durchs Fenster rein Fenster sind noch gar keine drin ich komme nicht durch die Tür drin ach wie schön eineinhalb herzen alle leute wisst ihr was vor allem unser problem ist ja was wenn wir sterben äh spawnen wir ja am normalen spawnpunkt ja wir können uns ja hier hin wappen stimmt ok wir haben zwei wolle ja ich würde mal sagen wir schlafen da alle drauf wer Saat hat sollte sie mir jetzt geben dann kann ich für morgen gleich ein Feld anpflanzen äh ich hab welche wir können wir mal unter Tage einfach gehen wer ist da eigentlich alles zu offen aber wie viele Fackeln haben wir denn das ist es lohnt unter Tage zu gehen äh Fackeln 17 noch und ich habe hier noch ein paar ja ein paar ähm es ist halt ja das ihr euch die mal nehmen könnt so äh braucht ihr noch Stein pickaxe ein Stein wäre gut ich habe nämlich nur einen aus Holz äh warte du kriegst auch noch eine äh hab dann noch was Holz dann mache ich noch welche ich hab noch 22 Cobblestone ja ich könnte auch ein Schwertgut vertragen ja stimmt ich auch ja wenn ich was Holz hätte würde ich noch okay ich hab jetzt auch noch Holz ich hab noch mein letztes Holz so Sticks so Sticks zwölf durch den rechten oh da fällt grad so ein Trecker oder sowas vorbei so äh was machen wir jetzt erstmal Schwerter okay machen wir erstmal vier hier ist weit und breit keine Straßen trotzdem hören waren Trecker wie Trecker bei meinen Text Shoppacks sehen die übrigens sehr cool aus warte ich mach das einfach direkt so das kann ja ja Heidi Klum ist wieder da ja auch noch nicht das heißt ich habe ich bin ja wieso ist Heidi Klum da ein Modell gleich mag er ich hab sie also wer hat jetzt noch kein Stein spürt ich hab noch kein Stein spürt doch hab ich bei mir sieht's aus wie eine Ahle wie so ein Hammer bei mir sieht's auch aus ich werf's einfach mal hier hin wenn doch jetzt habt ah ich hab jetzt kann ich mir gegen Heidi Klum werden gegen Heidi Klum hallo hallo ich werde sterben ah Hilfe 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 ah du wixer krepier so ich leg mal das ganze Holzzeug da rein stirb Leute hey ich hab mal braucht einer nein ich hab ein Zubi wow feiner werden wir attackiert hier stirb Spy Chicken oh nein das ist ein Spiderschwein ich geh einfach mal nach hier unten nein nein ey Leute das ist von den Simpsons geklaut was denn Spiderschwein nein hat jemand noch Wolle eine Wolle ach weißt was ich werde ich nochmal steigern zwei 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 ich hab hier übrigens schon eine Höhle gebaut ne so äh ja ich war hier unten unten auf dem Fall ich hab ihn schon ich hab ihn 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 dafür werden wir jetzt die Kronk äh Liebhaber auf den Hals Geld bekommen Kohle 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 Einfach um die Leute zu dissen einfach um die Leute zu dissen ihr seid solche ne Nachbarhaber so wir wissen das ist von Kronkis und das ist doch gut so Na komm wir geben es zu du bist doch Kronkis doch zu ja echt ja genau lass aber deinen Stimmverzerrern Soik ja Scheiße das ist alles wieder Stimmverzerrer das ist die Stimme ist auch extrem verzerrt oh es ist dämmert schon ich geh mal Glas suchen es dämmert wäre mir das wäre super wenn du Sand finden würdest 20 Kohle 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 ich suche jetzt natürlich Sand äh natürlich ist klar ach scheiße was brauchst du ja genug um die Fenster nicht zu machen hast du da irgendwie keine Nachbarn reinkaufen was gibt's da unten hast du da sammle doch einfach Sand man hat doch lieber mehr als man hat doch lieber zu viel als zu wenig ne Sand ist nervig kratzt zufache gut das ist ja